Der dritte Tag meiner Karlsruher Stadtratour hat mich heute nach Füllburg geführt. Bei Koflas Holger sind wir heute eingekehrt und heute konnten die Bürger aus Weierfeld-Dammerstock und aus Robur sagen, wo sie der Schuh drückt und es wurden ganz viele Themen auch hier angesprochen. Natürlich ein wunderschöner Stadtteil hier, den wir heute hier sehen in Karlsruhe, aber klar, die Nähe zur Autobahn hat natürlich eine Rolle gespielt und viele andere Punkte wurden angesprochen. Es war eine interessante Diskussion, auch eine emotionale Diskussion unter den Bürgern, die da waren. Hat mir sehr gut gefallen und ich konnte wieder sehr viel mitnehmen. DAS 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 Untertitelung des ZDF, 2020